Hallo und willkommen zurück meine lieben Zwergenfreunde zu Dwarf Fortress. Okay, hier liegen immer noch Essen rum. Ja. So, das erste was ich gucken wollte ist, ich kann doch meinen Squad. Update Equipment, das sieht schon mal alles gut aus. Concentraining ist okay, gerade soweit. Wir brauchen mehr Quiver. Quiver, Quiver, Quiver. Haben wir tatsächlich nur vier? Davon sind drei Equipment. Äh, haben wir jemanden, der jagen tut gerade? Also der auf Hunter ist. Du bist auf Hunter. Uns fehlt auch immer noch ein Crossbow. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ich hab jetzt schwören können, ich hab sieben Crossbows. Äh, die fahren unter Weapons. Weapons. Ja. Also ja, erstmal Quiver. Das müssen wir hier machen. Wir haben vier. Wie viele sind zugewiesen? Nur drei. Äh. Ashen Crossbow, Ashen Crossbow, Bismuth, Bismuth, Fox, Leider, Schuh. Okay. Äh. 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 Was mich noch gerade so stört, ist, ähm. Machen wir das über Stocks? Äh. Amgenischen, ja. Also erstmal die ganzen Bolts wieder fetschen. Also ja, wir haben sehr viele Bolts. Ach, der kann erstmal wieder gefetscht werden. Äh. 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 Tasks, creatures, labor. Standing orders, oder? Forbid used ammunition. Forbid used ammunition. Aber können wir erstmal. Aber können wir erstmal einsammeln. Jetzt muss ich aber gerade wirklich gucken. Und da stehe ich das hier ein. Schedule. Aber, das ist na Sauce. Also auch, ob sie die louve. Dann ist es dring et案. Oh,ная. Und das ist ja, dieça. Aber ich bin hier. Und da, das ist ja bepa queue. Und da ist ihm mis. Okay, hier kann ich das nicht einstellen. Das kann ich auch nicht. Aber ja, hier wollte ich eh was ändern. Nämlich... Wenn ich das monatlich abwechseln... Ich kann das sogar Einzelnen sagen. Hm. Training, kein Training... Hier sollen alle trainieren... Und hier sollen alle nicht trainieren. So. Äh, wobei... Ich will erstmal, dass sie... Im Augenblick trainieren. So, dann lassen wir mal kurz weiterlaufen und gucken, was passiert so. Wait for combat training, Training Session. Get provisions und so weiter. So. 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 Es sind aber viele Goblin-Thieves. Okay. Wer ist dead oder missing? Genau, jagt die Mistkerle davon. So, haben wir noch Goblin-Thieves. Ja, die wollen auch wiederkommen, so wie es aussieht. Haben wir irgendwen, den wir verloren haben? Wollen wir es jetzt nicht? So, so wie es aussieht. Haben wir zwei Goblin-Thieves erwischt. Und die anderen sind geflohen, die Feiglinge, gut. So, das heißt, wir können auch... Alles, was die so liegen gelassen haben... Claimen. Oh, Bienen-Kolonie. Okay. Okay. Wir haben einen neuen Jungen. Tja. Tja, das heißt, um Diebe abzuwehren... Cage-Restrain. Äh... Cage-Restrain, Woped-Chain. Wenn wir jetzt mal zwei Hunde hier an der Verteidigung anbinden... ... 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 Erstes, sagt nicht viel, Objects bauen wir gerade an, hey. Standing Orders. Steht nicht wirklich was, Kitchen, ne. Irgendwann muss ich auch noch ein Hospital errichten. Aber zum Glück jetzt noch nicht. Zwei männliche Hunde. Und das wird zurück weggewaschen. Auch und unser Metal ist von Melancholie betroffen. Weil er immer noch... Wo ist er denn jetzt gerade? Muss die traurige Musik sein. Musik 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 Oh, 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 oh. Koala Leathercloak is forbidden. Ah, hier ist noch Goblin Blut. So, wie sieht unser Equipment gerade für die Bogen, die Armbrustschützen aus? Wir brauchen noch eine Armbrust und wir brauchen viel Quäver. Das wollte ich ja vorhin schon machen, also Quäver, Quäver, Quäver und noch ein Quäver. Okay. Und ein Woden-Crossbow. So. Human Caravan, das ist nicht schlecht. Ja, ich weiß immer noch nicht, wie ich... Äh... Barblock? Nein, nein. Äh... Finished Good Spin. Genau, den da hätte ich gerne. Barblock, Barblock. Nock. Noch ein Finished Good Spin. Kann ich das hier eingeben eigentlich? Nö. Nee. Also, Finished Goods sind hier drin, sind da drin. Barth Blocks. Da ist noch ein Finished Good Bin. Und Ammo Bin. Da sind wertvolle Ashenbolts drin. Ach, die haben einen hohen Wert. Okay. Okay. Ach ja, und äh... Booker Requested a Depot. So. Warte, der wurde zum Major an... Mann. Also, Bowledder wurde zum Major ernannt. Das ist gut. Und ja, das kann ich nicht ändern. Das ist gut.